Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Cateride. Oh, sorry. Er ist ja mal gucken, was man brauchen könnte. Ja, ich drück einfach E und wenn ich's nehmen kann... Bei Waffen passt ich immer... Oh, das sieht nach einem Gegner aus. Ha! Wichser! Au! Uh, du bist groß! Ich treff mich wahrscheinlich! Ey, du nervst! Weißt du? Ha, das ist auch gut! Äh, Kleiner! Mach mich noch einmal an, Jumi! Alter! So eine offene? Geht doch! Hallo! Niemand lebt! Hey, da liegt was! Was haben wir denn? Das kannst du haben. Okay. Eine Granate. Irgendwie lagts grad bei mir. Ich hab... Hier habe ich mal meine erste orangene Waffe gefunden. Oh! Das waren die seltensten. Ja. Ja. Na, ich war jetzt am überlegen, gab's Lila? Ja, Lila ist aber nicht so... Ja. Da auch mit Geschössen auf uns zu werfen. Ich muss meine Fähigkeit auch viel häufiger einsetzen. Was haben wir denn da? Ne, Pistole. Meins. Irgendwas bloß. Was war's? Oh, das kannst du haben. Das habe ich nämlich schon. Das ist nämlich ne... ein Skin. Oh, ein Skin. Äh... Übrigens, das sind gefrorenen Dinger, die grün leuchten da. Ja. Ne? Das sind Scheißhaufen. Von genau den Viechern. Ja. Okay. Fahrzeug-Skin freigeschaltet. Okay. Ja, das ist Scan, ne? Ist halt ein Skin für ein Fahrzeug. Oh! Eine Shopping-Tour können wir machen. Shopping-Tour. Shopping-Tour. Ja. Ja, gleich. Hol Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Gut zu wissen. So, ich habe jetzt immer noch die Feuerpistole. Was? Was hast du? Was hast du? Für Schilde? Eine Doktor, selbst tragbare Klinik. Was kann ich für mich tun? 118 und 23. Und dieses Teil hier hat... Besser, nehme ich. Eine gute Wahl. Komm jederzeit wieder vorbei. Hm. Das Schild kann ich als Schrott markieren. Ähm... Feuerkanone. 22... 90... 1,7... 2,5... Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Hast du zufällig eine Waffe vorhin aufgehoben? Äh... Ich habe nur eine Pistole aufgehoben. Na komm. Und dann verkauf ich mal meinen Schrott jetzt. Willkommen in Doktor, selbst tragbare Klinik. Ich kann dich nicht tun. Ich bin gleich wieder da. Das stimmt. Ich nutze ja auch noch die andere Waffe. Was ist das? Die hat nur 18 Schuss? Ne, ich will jetzt auch zu dir kommen. Na, ich habe mich nur vertan. Hier ist nämlich... Ich meine, ich hätte eine grüne Waffe gesehen, äh... Die so ähnlich ist wie die, die ich in der Hand habe. Aber anscheinend habe ich mich verguckt. Ich habe maximal eine blaue gesehen. Und das war? Was für eine? Das war glaube ich... Die hast du auch mal nicht aufgesammelt, die blaue. Ne, ich habe nur Schilde gehabt. Und meine alte Schroßflinte. Dann lasst mich ein Fahrzeug generieren. Nicht autorisierter User auf meinem Kühlergrill. Versuchst du mein Catch-A-Ride zu hacken? Uncool, Bruder. Oh, sorry. Verflucht. Äh, sorry. Verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch-A-Ride Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Was ist das? Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-A-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Ich bin auch ein Gefährten. Guck mal, wo ich stehe. Ich bin das Horn-Ersatz. Ich hab was für dich. Ich bin tot. Kann man eigentlich chatten? Ja, mit Y habe ich das, glaube ich. Also ich kann chatten. Okay, dann lass mich... Lass mich mal unter Optionen gucken. Das Naturzuweisungsprung. Ja, das müssen wir ab und zu mal in Parts machen. Puh, das finde ich jetzt aber mal richtig gut. Obwohl, ach komm, jetzt ist egal. Dann lass weiter. Ähm. Brennt, ihr Wichser. Man muss schon vernünftig schießen, wie ich. Aber ich geh mal... Ich geh mal in den Nahkampf. Ah, komm, da haben wir ein nieder Fass. Ey, du sollst aufhören, meine lila Fässer kaputt zu machen. Autsch. Oh, fuck. Au. Ach, uff. Blaue Fässer sind übrigens Elektro. Elektronik ist sehr gut gegen Schilde. Was sich hier von alleine versteht. Oh nein, 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 fuck. Schaffst du's? Ähm. Ja. Okay. Hm. Ja. Ich würde nicht mitten in der Beschuss... ... hier einfach, äh, ... vergessen dafür. Ich mag Feuer. Ja. Ja. Die Gegner kommen zur Zeit aktuell nicht durch mein Schild durch. Echt nicht? Okay, dann bin ich wohl zu sehr im Nahkampf. Ah, das ist so schön, wenn die Gegner da so rumschweben. Ich hab keine Munition mehr. What the fuck? So, okay. Ich glaub... Ich bin kurz davor... Ähm... Oh, oh. Gip her. Gip her. Ha. Muss kurz... Ich mag meine Schrotflinte. Da ist die Flugbahn wenigstens nicht so krumm. Uh. Okay. Was hast du gefunden? Pistolenmunition, die kann ich aber auf jeden Fall brauchen. Okay. Okay. Erstmal alles nach Munition untersuchen. Das ist ne Pistole, das geht auch. So mal dann. Oh. Nein, nicht alles nehmen. Ich will die Pistolenmunition. Danke. Ich will Max. Oh. 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 Schließ den Adapter an das Cateride an. Dann besorg ich die Enderartes Fahrzeug. Schatzruhe. Fangen wir dann. Ich meine. Das kannst du haben. Das ist egal. Was hast du denn aufgesammelt? Das war eindeutig ne Hyperion-Schrotflinte. Heilige Sche... Die kann ich dir jetzt gerne vorführen. Dann zeig mal her. Ach ne... War die Feuer oder ne... Ne zum... Die wird immer genauer. Je öfter man schießt, desto genauer wird die. Ah, okay. Vier Schuss, glaub ich. Muss er... Na, ich weiß nicht. Wart mal kurz. Ja, ich... Muss sie mal eben vergleichen mit der. Mehr Schaden. Nicht wirklich. Weniger Genauigkeit. Aber dafür nur... Vier Schuss. Und die anderen zehn. Ja, aber wiederum wird deine aktuelle jetzt genauer immer. Ne, es gibt bessere. Ich kann hier ja nie... Ähm, wollen wir... Wir sollten nicht zurück zum Fahrzeug. Aber lass... Lass uns nach oben gehen erstmal. Mh... Ja. Stimmt, nicht den Hauptweg. Eine Sniper! Und eine SMG. Die darfst du haben. Die SMGs sind für dich perfekt. Was haben wir denn... Das ist deine Waffe. Hier. Die hier. Sogar mit Feuer. Malivan, genau. So hießen sie. Jetzt gucken wir mal. Welche Waffe... Wie war das? Maschinen... Welche habe ich denn aufgesammelt? Die... Äh... Drei... Dreiundzwanz... Ich habe eine Waffe mit sechs Schuss und 130 Schaden. Ich helfe dich gegen Fleisch. Ich liebe Sniper. Die tauscht gegen die... Ähm... Warum kann ich die nicht austauschen? Ich will... Weil die nicht in deinem Level ist. Äh? Level 11! Fuck! Ja! Ich habe das gar nicht gelesen! Wenn die... Wenn die rot sind, sind die Level 11. Übrigens... Kannst du nicht sprinten? Muss... Was machst du zum Sprinten? Shift! Vielleicht hast du es unter Leertaste oder so. Ne, unter Leertaste springe ich. Oder Steuerung... Ah, äh ne, ähm... Zum Größerschreiben. Wie war das jetzt? Shift! War das Shift? Scheiße, ich habe Steuern auf das hingedrückt. Da habe ich mich wahrscheinlich verdrückt. So, erstmal... Muni nachkaufen! Ah! Dafür habe ich gesorgt! Lass mich wissen, wenn ihr das ins Auge seht! War mir wieder ein Verglück! Nein! Nichts geht über Snipen! So... Phasenverschiebung wird ausgeführt! Äh, die Level 11er, was würde ich gern behalten... Oh, du machst was kurz! Ich nehme den mit Raketenwerfer und... Was muss ich drücken? Enter! Zum Aus! Ne! Ein anderer Spieler mit dem Wasserzeug. Oh! 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 Und natürlich Level 11! Level 11! Es kommt mir so vor, als ob wir unterlevelten sind! Ach, ne! Hehe! Diesmal fährst du! Ich schieße! ok ok dann na was F zum Wusten na na ich hab das nicht überfahren ich glaub die sind tot kann ich auch können eigentlich Sachen einsammeln nicht beim fahren weil hier liegt noch ich sammle das Geld ein bleib du mal zu Fuß ich fahre ok und dann kannst du die Sachen einsammeln ja wohl Wtf was ist das denn ich lass dich einfach schießen was und endlich Muni ich übernehme wenn ich lebe ah schön auch wieder ich steck einfach mal ein weeeee weeeee Geld oh das haben wir eingeladen das hast du? hä? ja weil Geld was ist was nicht spielerabhängig ist weißt du? ich sammle die anderen zacken immer ein oh cool Minipack auch cool dann mach die da vorne mal schön platt ne das hat ja mir ist was ist da wir haben w das was ist Vielen Dank.